Heute bauen wir Animationen, die aktiviert werden, wenn man scrollt. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Tutorial. Heute geht es um eine ziemlich coole kleine Library, die es ermöglicht, wenn man scrollt, Elemente einzublenden. Das Ganze ist ziemlich praktisch, wirkt einfach sehr cool, wenn man das bei Seiten macht. Und deswegen werden wir es heute uns mal ansehen und ich werde euch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ansonsten, ja, wenn ihr Fragen zu diesem Video habt, wie immer unten in der Videobeschreibung ganz oben einen Link zu Discord. Joint Community Server, stellt eure Fragen, helft anderen, schaut einfach mal vorbei. Ansonsten, ja, legen wir direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So, los geht's mit dem heutigen Video. Das Ganze, was wir heute bauen werden, ist wie gesagt einfach Animate on Scroll. Wir haben in der Vergangenheit schon mal sowas selbst gebaut. Das Ganze ist allerdings relativ aufwendig, vor allem, wenn man es dann auch noch browserkompatibel hinkriegen möchte, sodass es auch wirklich fehlerfrei funktioniert und man es möglichst viel customizen kann. Diese Library hier finde ich einfach genial, deswegen schaut einfach mal bei dem Creator der Library vorbei. Der Twitter-Account von ihm ist unten verlinkt. Ansonsten, ja, gucken wir uns das Ganze mal an. Und wenn wir jetzt hier einfach scrollen, dann passiert etwas ganz Komisches, und zwar Elemente, die ich vorher definiert habe, scrollen sich so rein. Und wenn ich wieder hochscrolle, drehen die sich wieder so raus. Die Animation ist natürlich komplett customizable. Ich werde euch heute zeigen, wie ihr fertig vordefinierte Animationen nutzen könnt, also die in der Library schon definiert sind. Aber auch, wie ihr kinderleicht Custom-Animationen für eure Webseite, die perfekt auf eure Webseite passt, zuschneidern könnt. Das Ganze ist, wie gesagt, ziemlich simpel, ziemlich cool. Und die Library spart einem eine Menge Arbeit. Aber jetzt legen wir erstmal los. Viel Spaß! So, und los geht's als erstes mit einer kleinen Erklärung zu unserem Arbeitsumfeld. Und zwar hier haben wir meine Standardentwicklungsumgebung. Link ist dazu in der Videobeschreibung, wer nicht genau weiß, was das ist. Wir werden heute hiermit nicht wirklich viel machen, weswegen wir eigentlich nur die Function.js, die aktuell noch leer ist, bearbeiten. Die Index-HTML, hier steht schon ein bisschen was drin, wie unser Style-Sheet und unsere JavaScript-Datei. Und natürlich unsere Main-SaaS, wo ich schon eine Section, eine Box definiert habe, zusätzlich zu dem Standard-Part, der in jedem Video vorhanden ist. Einfach damit das ein bisschen meine CI-Farben hat. Grundsätzlich, was habe ich hier als erstes gemacht? Das werden wir jetzt kurz mal als erstes auch hier definieren. Und zwar brauchen wir natürlich Elemente, die wir in irgendeiner Form einblenden, also Animate on Scroll, auch benutzen können. Weswegen wir hier einfach eine Section definieren. In dieser Section ein Div-Container mit der Klasse Box. Das Ganze kopieren wir uns jetzt einfach. Zack, und machen das hier mal ein paar Mal rein. Das speichern wir jetzt ab. Und in dem Moment habe ich hier so eine orangene Box. Wenn ich runter scrolle, habe ich ganz viele davon. Und das ist im Prinzip alles, was ich hier definiert habe. Was heißt, die Section ist 100% weit, hat 100 View-Height, hat Display-Flex, damit das auch zentriert ist in der Mitte. Die Boxen haben eine Größe, eine Weite, haben einen Border-Radius, dass das so abgerundet ist. Und haben hier eine Background-Color, was heißt nichts Besonderes. Das ist alles, was wir hier in der CSS erst mal machen. Wir werden später natürlich noch etwas deutlich Interessanteres damit anstellen. Aber wie benutzen wir jetzt die Library? Hierzu gehen wir einfach mal auf die Repository-Page, die ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Hier ist auch nochmal so ein Follow-Button. Schaut doch einfach mal bei ihm vorbei. Sagt mal danke, was der hier cooles gebaut hat. Ansonsten müssen wir das Ganze jetzt installieren. Das könnt ihr wie folgt einfach hier oben einbinden. Seht ihr schon. Zum Beispiel die CSS-Datei kopieren wir uns jetzt hier einmal raus. Die müsst ihr theoretisch später nicht verwenden. Ihr könnt nämlich das Ganze auch selbst bauen. Da wir das jetzt aber einmal demonstrativ zeigen und ich dieses Video für Anfänger machen möchte, speichern wir uns die jetzt hier mal rein. Und das nächste, was wir machen, ist, wir importieren das Ganze. Das könnt ihr ganz einfach so machen, direkt im Body-Tag, ganz unten, wie es hier auch schon steht. Oder wir machen das Ganze über NPM, was natürlich praktischer ist. Und wenn ihr mein Video geguckt habt über meine Entwicklungsumgebung, geht das auch ziemlich leicht. Und zwar müsst ihr einfach nur eingeben, NPM-i bzw. install, minus minus save und dann halt den Namen. Wenn ihr das gemacht habt, steht das auch hier nochmal, falls das jemand wissen möchte. Und wir müssen das Ganze jetzt natürlich einbinden. Was heißt Import und hier unten AOS. Das hier haben wir natürlich jetzt schon über den Style hier oben eingebunden, bzw. hier eingebunden. Deswegen müssen wir das nicht mehr machen. Wir gehen also jetzt schließen wir das hier wieder, gehen in unsere Function.js und hier kopiere ich mir jetzt einfach nur aus meinem Skript, das ich vorbereitet habe, einmal das hier rein. Und wir initialisieren das Ganze, was heißt AOS. AOS.init, zack und damit haben wir das Ganze schon eingebunden und es funktioniert. Wir haben jetzt natürlich in dieser Library, wie es für eine Library typisch ist, eine ganze Menge Anleitungen. Zum Beispiel haben wir hier eine ganze Menge Attribute, die wir mit übergeben können bei der Initialisation. Allerdings mache ich hier jetzt in diesem Video nichts. Ihr könnt natürlich hier sowas verändern, wie die Klasse, die vergeben wird, wenn das Ganze mit übergeben wird, weil AOS bzw. Animated on Scroll funktioniert mit CSS Animation. Das werden wir gleich auch noch ausgiebig ein bisschen ausprobieren. Und ihr könnt hier die Klasse vergeben, die dann irgendwie benutzt wird. Zum Beispiel, wenn ihr mehrere Instanzen nutzen wollt oder aber auch andere Projekte nutzt und vielleicht das customisen wollt. Ich kenne jetzt persönlich keinen Grund, ich lasse das meistens einfach so. Was ziemlich cool ist, ist der Offset und diese Funktion hier unten, die ihr aber auch jeweils für einzelne Elemente benutzen könnt. Das seht ihr hier. Und zwar funktioniert das Ganze so, wir nehmen jetzt diesen Tag, den kopiere ich mir jetzt mal raus, gehe in unsere Index HTML, wo wir ja unsere Sections schon vorbereitet haben, gehe hier in die Div-Box, kopiere das hier rein, drücke STRG-S und ihr seht schon, das geht an. Und wenn ich das jetzt hier unten überall mal einfüge und abspeichere, dann funktioniert das schon. Wenn ich jetzt runterscrolle, seht ihr, es blendet ein. Das Ganze ist ziemlich cool, was heißt, unser Effekt funktioniert theoretisch schon und ihr habt hier jetzt eine ganze Menge Möglichkeiten, das Customisen. Was heißt, von wo berechnet ist, dass es jetzt einblenden soll? Wollen wir ein Offset vergeben? Wollen wir ein Delay vergeben? Was heißt, ihr könnt auch Sachen unterschiedlich schnell einblenden, dann beispielsweise erst das Bild, dann den Titel, dann die Beschreibung oder so etwas. Und was ich viel interessanter finde, ist nicht diese Geschichten, sondern wenn man ganz hier runterscrollt, die ganzen einzelnen Animationen. Wir können ja zum Beispiel auch sagen, wir wollen jetzt eine Flip-Up-Animation machen. Das kopieren wir uns jetzt mal hier raus und sagen ja zum Beispiel, jedes zweite soll eine Flip-Up-Animation sein und keine Fade-In. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und runterscrolle, seht ihr schon, es blendet sich ein bisschen anders ein und was ihr auch seht, wenn die wieder den Screen verlassen, dann blenden sie ebenfalls wieder auf. Und das finde ich ein ziemlich cooles Feature, weil so ein bisschen Dynamik entsteht. Aber wie ich zu Beginn gesagt habe, das Video ist für Anfänger und so kann man es leicht nutzen. Ihr könnt jetzt hier einfach die Effekte, die ihr nutzen wollt, rauskopieren, reinpasten und das Ganze funktioniert wunderbar. Ihr könnt dann hier oben auch noch jede Menge customisen, irgendwie die Timer richtig einstellen oder so. Das, was uns aber interessiert, ist diese Sektion hier. Und die werden wir uns jetzt angucken. Dazu schließe ich das einmal und sage jetzt hier, okay, die zweite Animation, die wir haben, ist UD-Custom Spin. Das ist unsere Custom Animation, die wir jetzt nutzen wollen, weil fertige Animationen, sowas wie Fade-In, passt immer. Also ein Fade-In geht immer, ein Slide-In geht immer. Aber manchmal will man einfach so Sachen, die wirklich perfekt für eure Webseite passen. Und deswegen wollen wir das jetzt selbst bauen. Grundsätzlich geht das ziemlich simpel. Und zwar gehen wir einfach in unsere Mainsers, scrollen hier ein bisschen runter, machen uns hier ein bisschen Platz. Und das Nächste, was wir machen, ist, wir nehmen jetzt Pseudoselektoren. Und zwar sagen wir Data minus AOS gleich und dann unser Custom-Namen, den wir vergeben haben, hier rein. Und jetzt können wir im Prinzip alle Elemente stylen, die exakt diese Geschichte haben. Und zwar als erstes vergeben wir die Standard-Attribute, die wir vergeben, wenn ein Element diese Klasse besitzt, also dieses Daten-Attribut besitzt und noch nicht animiert ist. Was heißt, in unserem Fall sagen wir Opacity einfach mal 0 und wir sagen hier Transform, zack und hier Rotate, sagen wir mal minus 180 Degree. So, das vergeben wir jetzt standardmäßig. Wenn ich das Ganze jetzt abspeicher, dann ist unser zweites Element nicht mehr zu sehen und es blendet auch nicht ein. Hier seht ihr, es passiert nichts, weil wir im Prinzip noch nicht vergeben haben, was passiert, wenn das Ganze die Animationsklasse bekommt. Wenn ich hier jetzt mal reinklicke und das Ganze untersuche, ich löse das mal eben los, damit man ein bisschen was sieht. Wenn ich jetzt hier reinklicke, sehen wir hier unterschiedliche, ups, muss ich ein bisschen größer machen, so, sehen wir hier unsere vier Sektionen. Ich mache das Ganze hier nochmal ein bisschen größer hier drin. So. Und zwar haben wir jetzt hier unsere Sektion 1, unsere Sektion 2, 3 und 4. Seht ihr hier. Und hier ist AOS Animate, was heißt, diese Sektion ist gerade sichtbar. Das heißt, wenn ich jetzt hier hochscrolle, seht ihr, dass diese Animation gerade wieder verschwunden ist und jetzt die erste Animation AOS Animate hat. Das heißt, wir müssen gucken, was diese Klasse oder was mit unserer Animation passiert, wenn dieser Klasse vergeben wird. Hierzu sagen wir und Punkt und hier sagen wir AOS minus Animate. Hier sagen wir jetzt, okay, das Ganze soll Opacity 1 bekommen. Speichern wir mal ab, wenn wir jetzt runterscrollen. Dann blendet es schon mal ein. Aber wir haben hier oben noch unser Transform vergeben. Das speichern wir jetzt mal hier runter und sagen, das Ganze wird auf Null gesetzt. Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern, habt ihr gesehen, es dreht sich schon. Wenn ich jetzt hochscrolle, dreht es sich wieder zurück. So dreht es sich wieder rein, wieder zurück, wieder rein, wieder zurück und wieder rein. Das Ganze funktioniert wunderbar. Und wie ihr gerade in der Documentary schon gesehen habt, da gehen wir jetzt nochmal drauf, kann man hier auch wunderbar Media Queries verwenden. Das heißt, ihr könnt einfach sagen, beispielsweise, wenn ihr auf dem Mobile Phone seid, blende es anders ein, slide es anders ein, drehe es anders rein oder macht, was immer euch für Gedanken ins Spiel kommen. Das Ganze finde ich persönlich super praktisch, weil auf diese Weise könnt ihr das Ganze mega leicht customisen für euer Projekt perfekt, ohne dass ihr diese Standard-JavaScript-Geschichten euch damit beschäftigen müsst, das Ganze zu berechnen, dass diese Ecke jetzt irgendwie von wo die berechnet wird, dass das einblendet, dass es sichtbar ist. Sondern das wird alles von der Library übernommen und das Einzige, was ihr machen könnt, ist eigentlich der spaßige Part, das Ganze zu animieren. Deswegen persönlich finde ich die ganze Library eine ziemlich coole Idee und bin sehr dankbar dafür. Und ja, schreibt doch mal in die Videokommentare, was ihr damit gerne machen würdet. So, das war es heute für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch und einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, wie unten in der Videobeschreibung, Twitter, Facebook, Instagram, schaut vorbei. Ansonsten, wenn ihr den Kanal noch nutzen wollt, findet ihr dort auch Amazon Affiliate oder Patron, wo ihr einfach mal vorbeischauen könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, viel Spaß und ciao. Bis dann, viel Spaß.